Das ist unser neues Video hier auf dem Kanal Elberta Melus Frosi und das sehe ich hier an der EFASO schon drüber vor. Und der Aufzug wird sehr erneuert und seitdem zeigt, dass immer so ist der Aufzug gesperrt. Und seitdem ist der Aufzug im ersten EFASO gleich gestellt. Die EFASO ist integriert und da ist schon der neue Aufzug, ein Saalaufzug übrigens. Vorher war ich ein Kaltaufzug und Schmerzsaal. Die EFASO müssen jetzt über die Nachbarn in der F-Bahnhöfe fahren, sprich Bärhan. Das heißt, Bärhan ist die Aufzug oder mit der Schmerzsaalaufgabe. Oder mit der Schmerzsaalaufgabe. Oder mit der Schmerzsaalaufgabe. Oder gleich zum Hauptbahnhof. Das war's auch schon hier mit dem Video, bitte nächsten Video, tschüss. Das war's auch schon.